Hallo zusammen, in meinem letzten Video ging es um den Curve Carry Trade und da haben wir uns günstig Curve Tokens geliehen und sie gestaked, um an den Einnahmen von Curve mitzuverdienen. Das mit einer jährlichen Rendite von bis zu 30%. Und das Spannende daran, ihr könnt auf diese Weise ein passives Einkommen aus Kryptowährungen generieren und seid gleichzeitig gegen Kursschwankungen abgesichert. Und heute geht es um einen ähnlichen Carry Trade, aber diesmal mit Pendel. Der ist zwar etwas komplexer als der mit Curve, aber die jährliche Rendite kann dafür bis zu 80% erreichen. Außerdem zeige ich euch jetzt in diesem Video und ein paar Tricks, wie ihr so einen Trade selber aufsetzen könnt. Und bei diesem Trade setzen wir also auf Pendel Tokens. Und genau wie bei Curve verdient ihr auch hier an den Einnahmen des Protokolls mit. Und Pendel war ja in der ersten Jahreshälfte super erfolgreich, vor allem durch das Punkte farmen und durch diesen ganzen Restaking-Hype. Und leider hat der Tokenpreis in den letzten Monaten ziemlich stark gelitten. Und deshalb sollten wir hier auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und uns gegen weitere Kursverluste absichern. Und dafür leihen wir uns die Pendel Tokens lieber aus, anstatt sie zu kaufen. Und das funktioniert aber nur mit einem sehr günstigen Zinssatz. Und Pendel könnt ihr zum Beispiel hier bei Silo Finance auf Arbitrum leihen. Und die akzeptierten Sicherheiten sind hier ausschließlich Ether und USDC. Und zwar die Variante mit dem Punkt E am Ende. Das ist wichtig, wenn man Assets von Ethereum rüberholt. Und den Link zu Silo, den packe ich unten in die Videobeschreibung. Für die hinterlegte Sicherheit bekommt man aktuell rund 10% Zinsen. Und ich mache das hier mal mit einem Beispiel von 10.000 USDC. Und das ist also die Gesamtgröße meiner Einlage. Und wenn man das dann mal ausrechnet, dann läuft das natürlich auf etwa 1.000 Dollar Zinsen pro Jahr hinaus bei 10%. Und ich schreibe das jetzt mal hier auf das Blatt, damit wir mal wissen, wie viel wirklich am Ende rauskommt, wenn man das Staking für ein ganzes Jahr durchziehen würde. So, also hier kann man das mal sehen. Also 10.000 Dollar Sicherheit bringen, etwas über 1.000 Dollar Zinseinnahmen. Und für die geliehenen Pendel Token zahle ich aktuell etwa 1,2% Zinsen. Und wie man hier sehen kann, gibt es noch reichlich Pendel in diesem Pool. Das heißt, der Zinssatz dürfte erstmal stabil bleiben. Denn die Zinsen hier, die richten sich nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, wenn der Pool leerer ist, das heißt also viele Pendel schon ausgeliehen sind, dann steigen die Zinsen nach und nach, damit mehr Leute ermutigt werden, ihre geliehenen Pendels wieder zurückzugeben. Und wichtig zu wissen ist dabei, dass das Verhältnis von Darlehen zur Sicherheit hier bei nur 50% liegt. Und das bedeutet, ich kann maximal Pendel im Wert von 5.000 US-Dollar leihen, wenn ich 10.000 US-Dollar als Sicherheit hinterlege. Und zum Vergleich bei Curve liegt das Verhältnis aktuell bei 80%. Und das heißt, hier kann ich von meinen 10.000 Dollar nur maximal 5.000 Dollar wirklich für mich arbeiten lassen. Und da ist dann noch was, weil wenn ihr die vollen 50% ausschöpft, dann wird es super riskant, weil ein kleiner Anstieg im Pendelpreis und ihr werdet einfach ganz schnell mit dem Darlehen liquidiert. Deshalb starte ich hier vorsichtiger mit einem Verhältnis von 30%. Konkret bedeutet das, dass ich mir erstmal nur Pendel im Wert von 3.000 Dollar leihen kann. Um die Zahlen dann rund zu halten, habe ich das auf etwa 1.200 Pendeltogends aufgerundet. Das ist dann einfach leichter nachzuschauen, wie hoch die Zinsen sind hier bei Silo, weil ich ja weiß, was meine Ausgangswerte sind. Und beide Werte das heißt Sicherheit und Darlehen steigen ja mit den Zinsen nach und nach. Und dann kann ich halt ziemlich schnell sehen, wie viel ich hier verdient habe, beziehungsweise wie viele Kosten ich habe. Und 1.200 Pendeltogends, die entsprechen dann ungefähr etwas mehr als 3.000 Dollar. Und jetzt kann ich das Darlehen hier auch mal in meine Tabelle eintragen und mein Darlehen läuft also über 1.200 Pendeltogends. Und wichtig, das ist nicht in Dollar, sondern in Tokens. Und das ist deshalb relevant, weil ich am Ende genau diese Pendeltogen zurückgeben muss, unabhängig davon, wie viel sie in Dollar wert sind. Und das stört mich aber nicht, weil ich die Tokens ja gar nicht verkaufen will, sondern einfach nur in Staking packe. Und ich komme also immer an die gesamten 1.200 Pendel ran, egal wie der Kurs gerade steht. Ich kann die also jederzeit zurückzahlen. Und damit wäre das Thema Darlehen eigentlich auch schon abgeschlossen. Ich komme da aber gleich nochmal drauf zurück. Und ich kann mich jetzt hier tatsächlich erstmal nur um die Einlage kümmern. Da Stakedow auf Ethereum läuft, müssen wir die Pendeltogends von Arbitrum erstmal nach Ethereum bridgen. Und dafür nutze ich gerne Jumper Exchange. Packe ich auch unten in die Videobeschreibung den Link. Und da muss man aber beachten, dass dabei immer ein paar Pendeltogends verloren gehen, weil das Bridging ja auch Kosten verursacht. Und wenn ihr mit kleineren Beträgen arbeiten wollt, dann könnte es sich also lohnen, zum Beispiel hier den Pendel Stability Pool bei PenPie sich anzuschauen. Das ist einfach ein Alternativprodukt. Und aktuell gibt es da zwar nur 20% Rendite, aber das geht auch relativ schnell mal auf 40% hoch. Und das war in den letzten Wochen eigentlich immer deutlich über 40%. Das kommt also sehr, sehr wahrscheinlich mit der Zeit einfach wieder. Und ihr müsst also quasi abwägen, ab wann sich jetzt Stakedow für euch lohnt und ab wann ihr vielleicht lieber PenPie benutzt. Meiner Meinung nach macht das so ab ca. 10.000 US-Dollar Gesamteinlage Sinn. Und vorher würde ich dann auf jeden Fall auf Arbitrum bleiben, weil sonst die ganzen Gebühren viel zu sehr ins Gewicht fallen und mir die Rendite nach und nach kaputt machen. So bei Stakedow kann ich meine Pendel einlegen. Aber das funktioniert nur, wenn ich meine Pendeltokens vorher in SD-Pendel umwandele. Und das ist ein Liquid Staking-Token von Stakedow und der ist ziemlich eng verknüpft mit den echten Pendeltokens. Die Umwandlung passiert hier im Verhältnis von 1 zu 1. Und hier gibt es tatsächlich leider einen kleinen Haken. Diese Umwandlung, die ist endgültig. Das heißt, meine Pendel sind für immer weg und ich habe stattdessen diese SD-Pendeltokens und nur die, die kann ich staken. Und warum ist das so? Und vor allem ist natürlich die Frage, wie komme ich dann jetzt an meine Pendeltokens wieder ran, weil immerhin brauche ich die ja, um Pendel später zurückzuzahlen, um das Darlehen zu tilgen. Also man muss das eigentlich gar nicht machen. Man kann seine Tokens rein theoretisch auch direkt bei Pendel staken und das ist aber ziemlich kompliziert. Denn so ohne weiteres kommt man da eigentlich nur auf eine Rendite von etwa 4%. Man kann die Rendite zwar boosten, aber dafür muss man dann jede Woche aktiv am Voting bei Pendel teilnehmen. Und vor allem muss man die Pendeltokens für volle zwei Jahre staken. Und das ist extrem aufwendig. Und genau diesen Teil, den übernimmt Stakedau für euch. Vor allem natürlich den Partner mit den zwei Jahren. Und Stakedau stakt die Pendeltokens dauerhaft, also quasi für immer und erreicht so die maximale Rendite, die überhaupt geht. Und die liegt immer so zwischen 40 und 80%. Und jeder Pendeltoken, der in Stakedau fließt, der bleibt also für immer im Pendel Staking gefangen. Und dafür bekommt ihr im Austausch dann pro Pendel ein SD Pendeltoken. Und SD steht in dem Fall für Stakedau, also der Stakedau eigene Pendeltoken. Und das Gute daran ist, wenn ihr eure Pendel zurückhaben wollt, dann könnt ihr die SD Pendel gegen Pendel verkaufen. Und zwar an die Leute, die jetzt gerade neu bei Stakedau einsteigen wollen, weil die brauchen ja SD Pendel. Und die bekommen dann also eure SD Pendel und ihr bekommt dann die Pendeltokens von denen. Und dafür gibt es hier bei Curve auch einen Pool, den man das Ganze abwickeln kann. Und wie ihr sehen könnt, ist der SD Pendel etwas günstiger als der Pendeltoken. Das bedeutet, ihr macht zwar einen kleinen Verlust, wenn ihr aus dem Staking aussteigen wollt, aber ihr bekommt in etwa die gleiche Anzahl Pendel zurück, die ihr ursprünglich eingezahlt habt. Und wenn ihr in Staking einsteigt, dann kann es sich lohnen, die SD Pendel aus diesem Pool rauszukaufen. Und wenn ihr die SD Pendel selber minten würdet, dann würde das ja im Verhältnis 1 zu 1 passieren. Und über den Pool hier bekommt ihr dagegen mehr. Und wie ihr sehen könnt, bekomme ich für meine 1200 Pendel hier 1440 SD Pendel, also 240 Tokens mehr, als wenn ich mitten würde. Und so könnt ihr den Verlust beim späteren Unstaking ein bisschen ausgleichen. Schauen wir uns mal an, wie viel Verlust ich jetzt machen würde, wenn ich die SD Pendel wieder in Pendel zurücktausche. Ich bekomme also erstmal beim Kauf der SD Pendel 1440 SD Pendel. Und wenn ich die später wieder zurücktauschen will, dann bekäme ich dafür 1190 Pendel zurück. Ich habe also auf diesem Wege tatsächlich nur 10 Pendel Tokens verloren. Und das trage ich jetzt auch mal in meine Tabelle ein, weil das sind ja definitiv auch Kosten, die ich einkalkulieren muss. Und 10 Pendel Tokens entsprechen nach dem aktuellen Kurs etwa 28 Dollar. Und das ist wichtig zu bedenken, weil der SD Pendel Token aktuell fast 20 Prozent unter dem Wert des Pendel Tokens liegt. Und das seht ihr auch hier oben rechts auf der Stakedow Website. Da steht also, um wie viel der SD Pendel D-Packt ist vom Pendel Token. Aber trotz dieses großen Preisunterschieds von fast 20 Prozent ist der Verlust von 28 Dollar relativ gering. Und das liegt vor allem daran, dass ich den Preisvorteil beim Einstieg genutzt habe, indem ich die Tokens direkt gekauft habe, anstatt sie im Verhältnis 1 zu 1 bei Stakedow direkt zu minden. Aber alle diese Dinge, die sind tatsächlich ziemlich marktabhängig und die können sich mit der Zeit auch ziemlich krass ändern. Und das kann dann für mich tatsächlich ziemlich gut laufen, aber natürlich auch schlecht. Und es gibt hier also definitiv ein kleines Risiko. Ich hole mir also jetzt die 1.440 SD Pendel und die stake ich jetzt hier bei Stakedow. Und das Tolle ist, dass ich darauf tatsächlich 47 Prozent Rendite bekomme. Also auf die vollen 1.440 SD Pendel und nicht mehr auf die 1.200 Pendel, die ich ursprünglich mitgebracht habe. Ich habe also meine Rendite auf diesem Weg schon mal ein bisschen geboostet, was ein klarer Vorteil gegenüber dem einfachen Minden ist. Und wenn ich also alles zusammenrechne, dann komme ich jetzt auf eine Gesamtrendite von über 2.900 Dollar. Also knapp 30 Prozent Rendite auf mein Kapital und 30 Prozent Rendite, das ist schon ganz schön ordentliches, passives Einkommen. Vor allem, weil das Risiko relativ gering ist hier. Allerdings bleibt meine tatsächliche Rendite auch unter den 47 Prozent, die ich bei Stakedow bekommen könnte, wenn ich die Pendel Tokens direkt kaufen würde. Aber in diesem Fall würde ich das volle Risiko von Kursschwankungen tragen und könnte am Ende so viel von meiner Einlage verlieren, dass sich das Staking gar nicht mehr lohnt. Genau diese Erfahrung macht man ja total häufig so beim klassischen Yield Farming, wie man es so kennt. Und man kann das Ganze auch anders ausdrücken. Mein Hedge kostet mich etwa ein Drittel meiner Rendite und dafür bekomme ich eine Absicherung gegen jegliches Kursschwankungsrisiko des Pendel Tokens. Also das Ganze ist so, als würde ich tatsächlich Stablecoin staken, aber meine Rendite ist im Vergleich dazu fast dreimal höher. Und auf der anderen Seite ist das Einkommen dann leider auch nicht so wirklich passiv, weil es bei dieser Position ein Restrisiko gibt, das man im Auge behalten muss. Und das gilt vor allem für das Darlehen bei Silo, weil es besteht immer die Gefahr, liquidiert zu werden, wenn der Pendelpreis zu sehr steigt. Aber ist das wirklich so ein großes Problem? Also zum einen kann ich eine Website wie Cryptocurrency Alerting nutzen, um mich benachrichtigen zu lassen, wenn der Pendel Token einen bestimmten Preis erreicht. Ihr könnt euch hier nicht nur per E-Mail benachrichtigen lassen, sondern auch über Social Media, Messenger oder sogar per Telefonanruf, falls sich der Pendelpreis der Liquidierungsgrenze nähert. Und alle Links dazu, die findet ihr unten in der Videobeschreibung, damit ihr nicht selber lange rumsuchen müsst, was ich jetzt meine. Also der Liquidierungspreis selbst, der befindet sich zum Beispiel bei Silo Finance im Dashboard. Bei mir wäre mein Darlehen liquidiert, wenn der Pendelpreis über 6 Dollar und 60 Cent steigt. Und ich sollte jetzt also eine Benachrichtigung einstellen, wenn der Pendel auf etwa 5 Dollar steigt, damit ich noch rechtzeitig reagieren kann. Das muss natürlich jeder selber so wissen, wie er das einstellt. Und dann müsste ich einen Teil meiner Tokens aus dem Staking rausholen und dann damit einen Teil des Darlehens zurückzahlen, um quasi die Situation in dem Darlehen etwas zu entspannen. Und das Ganze ist eigentlich ziemlich easy, weil ja der Wert der gestakelten Tokens ebenfalls steigt, wenn der Pendelpreis steigt. Und meine Rendite bleibt also mehr oder weniger gleich, weil ja die Dollarsumme mehr oder weniger gleich bleibt. Und dadurch könnte es sogar sein, dass meine Rendite etwas mehr steigt, weil ja oft der Grund für solche Kursanstiege darin liegen, dass Pendel als Produkt stärker genutzt wird und dadurch eben auch mehr Einnahmen generiert. Und andererseits ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn das Darlehen liquidiert wird, weil dadurch verwandelt sich meine Position von einer Delta-neutralen Position in eine Long-Position. Und wieso ist das so? Also ganz grob gesagt, bei einer Liquidierung wird mein Hedge ja kleiner, weil ja ein Teil meines Darlehens aufgelöst wird. Und wenn der Hedge kleiner wird als meine tatsächliche Position, dann bin ich ja automatisch Long, weil ich ja quasi die Sicherheit reduziere. Und das kann sich dann manchmal sogar lohnen, wenn es so eine Art nachhaltigen Aufwärtstrend gibt, weil ich dann mehr von den Kursgewinnen profitiere anstatt nur von der Staking-Rendite. Und das Thema ist jetzt aber ein bisschen zu komplex für dieses Video hier. Und trotzdem ist das vielleicht super spannend, weil vor allem, wenn man diese auf diese Weise seinen Hedge managen kann und auf verschiedene Marktsituationen reagieren kann, dann ist das natürlich immer ein Vorteil. Und es gibt nämlich noch einige andere Möglichkeiten, einen Hedge aufzubauen. Man muss das ja nicht unbedingt mit einem Darlehen machen. Das Darlehen hier, das ist sowieso nicht richtig, also nicht wirklich kapitaleffizient bei einem Verhältnis von 50 Prozent. Und schließlich kann ja dadurch nur etwa ein Drittel meiner Einlage im Staking genutzt werden, wo ich ja die beste Rendite habe. Der Rest liegt als Sicherheit bei Silo und bringt da nur 10 Prozent. Und dafür ist dann aber das Darlehen super einfach aufzusetzen. Das ist relativ leicht zu verstehen und es ist dadurch auch einfach zu managen. Eine andere Lösung könnte sein, anstatt eines Darlehens eine Prepposition über Plattformen wie Hyperliquid zu nutzen. Und das zeige ich dann in einem meiner nächsten Videos. Bis dahin erstmal alles Gute, viel Erfolg, Tschüss!